So, hallo zusammen und willkommen zurück in dem zweiten Teil zum Thema JetGPT, künstliche Intelligenz, JetBot, der unser Leben rettet oder zumindest vereinfacht. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil angeguckt, weil dann können wir direkt einsteigen. Und deswegen schalten wir ohne Umschweife nochmal direkt zu unserem coolen Eiscreme-Beispiel, wo wir im letzten Video gelernt haben, JetGPT kann uns auch verarschen, wenn wir nicht aufpassen. Also immer schön aufpassen, was hier passiert. So, wir wollen aber uns jetzt den erweiterten Befehlen sozusagen widmen. In meinem Blog habe ich ja hier den Einsteiger-Guide, habe auch tatsächlich einen erweiterten Guide veröffentlicht. Für die Profis unter uns, da gehe ich auf verschiedene Methoden ein, wie ihr im Prinzip zu dem kommt, was ihr wirklich braucht und was ihr sucht. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Das könnt ihr euch hier mal durchlesen auf Web3-Space. Ich glaube, was jetzt interessant ist als erweiterte Variante, ist nochmal zu gucken, was JetGPT4 nämlich für Vorteile bietet gegenüber 3 im Bezahlmodell nämlich, weil wir können Plugins nutzen. Und das finde ich relativ cool, weil bietet sich uns noch eine völlig neue Möglichkeit hier zu operieren. Und wie ihr das macht, ist im Prinzip ganz einfach. Ihr bezahlt erstmal dafür und wenn ihr bezahlt habt, geht ihr hier auf JetGPT4, also nicht die 3,5er, sondern die 4er Variante und habt dann die Möglichkeit, hier Plugins zu benutzen. Zum Beispiel könnt ihr Bing, also die Microsoft-Suchmaschine, durchsuchen. Das liegt daran, Microsoft hat 50% Share an Unternehmen OpenAI erworben. Das bedeutet, die haben da ganz schön großen Einfluss und es wird nicht lange dauern, da wird JetGPT oder das GPT-Modell in den Office-Anwendungen verankert sein. Wartet mal drauf. Dann haben wir die Möglichkeit, Advanced Data Analysis zu machen. Es gibt dieses Plugin-Thema und es gibt hier DALL-E, das ist der Bildgenerator von OpenAI, also das Pendant, so mit Journey sozusagen. Mit Journey habe ich auch schon ein paar Videos dazu gemacht, ist eben das Konkurrenzprodukt hier aber von OpenAI auch nochmal. Und was ich hier mit diesen Plugins machen kann, und das will ich jetzt euch mal zeigen, der Rest ist auch relativ cool. Ich habe hier die Möglichkeit, und da gibt es ganz viele in dem Plugin-Store, die ich installieren kann. Da gehen wir mal kurz rein. Und dann können wir hier mal auf New, ne, auf, was machen wir denn hier? Popular eigentlich. Popular ist eigentlich ganz gut, da kann man mal gucken, was es hier so gibt. Die coolsten Sachen sind im Prinzip, man kann Git, also dieses Programmier-Repository abfragen mit URLs und kriegen dann verschiedene Codes zurück und kann mit denen arbeiten. Und der kann Codes auch kommentieren und so weiter. Das ist richtig cool. Er kann sogar Diagramme erstellen, das heißt Mindmaps oder Flowcharts von den Texten, die er reingebt. Auch mega cool. Und es gibt sogar Expedia und Kajak-Plugins, wo ihr da auch nochmal Recommendations angucken könnt. Aber der Link-Reader, und das ist das, was ich euch zeigen will, und das ist auch cool, Make a Sheet. Da könnt ihr nämlich ein CSV, ich lese es mal vor, Generate a CSV-File that can directly be imported into Google Sheets or MS Excel. JetGPT kann, das können wir mal installieren, Ergebnisse in der Tabellenform ausliefern und direkt als Excel-File rausspucken. Ihr könnt sogar ein Excel-File mit reinladen. In JetGPT sagen, ändere bitte folgende Spalten so und so ab, nach einer Recherche oder Umformatierung oder sonst irgendwas, eine Clusterung von Kundenfeedback, was weiß ich, in das Excel beschreiben lassen und dann das neue Excel, das komplett neu formatiert ist oder ergänzt wurde, einfach wieder runterladen. Und das ist massiv powerful. Und das ist, wie ich, schon relativ, nö, ziemlich cool. Ich finde es mega. So, und was wir jetzt damit machen können, ist folgendes. Das mit dem Excel machen wir vielleicht im dritten Teil. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen mal, wie wir damit umgehen können. Wir aktivieren das jetzt mal beides hier. So, also was ich aktiviert habe, ist den Link-Reader. Das heißt, ich kann einen beliebigen Link, also eine beliebige URL hier mit reingeben. Ich kann Make a Sheet machen und ich habe Wikipedia als Such- und Quelloption hier auch noch mit aktiviert. Warum brauche ich das? Oder warum könnte das sinnvoll sein? Weil, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, JetGPT ist nur mit Daten befüttert für den Algorithmus bis Ende 2021. Das heißt, alles, was aktueller ist, kann JetGPT einfach nicht wissen, weil die Daten einfach nicht da sind. Und wenn ich mit aktuelleren Daten arbeiten will, muss ich Links mit reinpacken, die ihr dann verarbeiten könnt. Entweder durch ein Web-Crawling oder halt direkt über Wikipedia oder durch den Link-Reader hier. Und das ist ganz cool und das geht nur in der Bezahlversion. So, und wir können ja mal ganz kurz ausprobieren, wie das funktioniert. Wir wissen, wir wissen ja, es gibt, ich habe jetzt einfach mal hier beispielhaft die zweite Quartalsergebnisse von Mercedes aufgerufen, weil das ist auf jeden Fall jetzt aktuell und das kann JetGPT nicht kennen, definitiv, weil es zu aktuell ist. Ja, es ist ziemlich aktuell. Ähm, das bedeutet, äh, wir werden, und warum habe ich das jetzt aufgerufen? Weil hier ist was Interessantes drin. Äh, und jetzt können wir JetGPT einfach mal fragen, ähm, was hat Mercedes mit JetGPT vor? Fragezeichen. Und ganz ehrlich, das kann JetGPT nicht wissen, schaue hier nach. So, und dann gebe ich den Link hier rein zu dem Zwischenbericht und klicke einfach mal Go. Und was JetGPT jetzt macht, man sieht es jetzt gleich ist, er verwendet den Link-Reader, also dieses Plugin, um die URL, die ich mitgegeben habe, ähm, zu durchforsten und sagt uns jetzt folgendes. Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal seine Trans-blablabla-blablabla, lalalala. Und jetzt kommt eine dieser Innovationen, ist die Integration von JetGPT in das Infotainment-System MBUX. In Nordamerika wurde ein Beta-Programm gestartet, blablabla-blablabla. Ähm, das heißt MBUX kann mit JetGPT zusammenarbeiten und, ähm, Befehle verarbeiten und dann kann MBUX das als Sprachausgabe im Auto ausgeben. Also ist in sich fachlich schon mal mega cool, ja, und, ähm, was aber hier für unseren Fall jetzt Interessantes ist, dass, ähm, JetGPT diese Informationen jetzt durch diese Plugins auch mitbenutzen kann, ja. Ähm, hat jetzt auch im September sogar aktuelle September-Daten noch mit reingefügt auf der IAA Mobility, ja. Ähm, also auch interessant. Das ist doch schon mal richtig cool. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten, ähm, im letzten Video das Beispiel mit dem Erdbeereis, das können wir jetzt nochmal machen und versuchen jetzt mal, diese, ähm, Tabelle, die wir da erstellt haben, uns direkt als Excel wieder zurückzugeben. Das heißt, ähm, stelle die Vorteile von Erdbeereis gegenüber Schokoeis in einer Tabelle da und gebe mir ein, äh, als Excel-Datei. So, probieren wir es mal so. Ich habe das Plugin tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Das heißt, es ist jetzt der erste Dummy-Proof-Test, ob es auch wirklich funktioniert und so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber er hat jetzt schon verstanden, er soll dieses Plugin verwenden, make a sheet. Er soll diese Tabelle machen und er soll mir das als Excel, ähm, machen. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was er jetzt hier macht. Aber der Inhalt ist jetzt mal völlig egal. Den können wir jetzt ignorieren. Aber nur jetzt mal als Beispiel, warum diese Plugins so wahnsinnig, ähm, powerful sind. So, und jetzt sagt er mir, er hat jetzt hier die Tabelle erstellt. Wenn du mit der Struktur zufrieden bist, kann ich die Excel-Datei generieren. Und jetzt muss ich sagen, ja, super. So, hat er das hier wieder abgefahren. Jetzt schreibe ich, ja, super. Und jetzt ist er zufrieden mit mir und sagt, perfekt, hier ist der Download-Link für die Excel mit dem Vergleich der Vorteile von Erdbeereis gegenüber Schokoeis. Da würde ich doch mal sagen, und wir können jetzt links unten gucken, das Ganze wird über einen Sheet-Generator gemacht. Ähm, das laden wir mal kurz runter. Da klicke ich jetzt einfach mal kurz drauf und dann, zack, hat er uns das ganze Komma-Separated im Prinzip als Excel-CSV-Datei bereitgestellt. Im Visual Studio Code, okay. Aber das ist doch mal wirklich ein Wort. Und das Gleiche könnt ihr dann machen, wenn ihr jetzt diese Excel-Datei habt. Könnt ihr die als Input ihm auch wieder geben. Das können wir mal ganz kurz ausprobieren. Dann kommen wir nämlich zu den wirklichen Profi-Geschichten. So, an der Stelle kurz noch reingeschoben. Ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Also, und ist auch klar, wenn man Plugins aktiviert hat, dann funktioniert dieses Upload von Excel-Dateien nicht. Das funktioniert nur, wenn ihr diesen Modus Advanced Data Analysis aktiviert. Und dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, mit dem Plus-Button CSV- oder Excel-Dateien hochzuladen. Und dann könnt ihr die Datei, die wir gerade erstellt haben, mit dem Erdbeereis, dann noch mal bearbeiten und sagen, was weiß ich, füge eine weitere Spalte hinzu mit Tiramisu-Eis. So, und jetzt gebe ich ihm quasi das CSV mit rein, mit den zwei Spalten, die wir davor hatten. Ihr erinnert euch. Und er macht jetzt einfach in die CSV, die ich ihm reinlade, eine weitere Spalte hinzu mit dem Tiramisu-Eis, bearbeitet das und gibt mir dann, wenn es gut läuft, eine neue Datei zurück. Das geht übrigens auch mit Excel, also es muss keine CSV-Datei sein. Und dann haben wir hier die Updated CSV-Datei, die, und jetzt schauen wir uns das mal an, zack, plötzlich nicht nur zwei Eissorten hat, sondern noch eine dritte Eissorte hat. Und er hat den kompletten Vergleich, den er davor gemacht hat, einfach noch damit gemacht. Das heißt, ich habe wirklich die Möglichkeit, hier Dateimanipulation zu betreiben. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Was wir aber auch machen können und ist auch interessant, glaube ich, ist, JGPT kann tatsächlich Skripte schreiben. Das heißt, wenn wir jetzt ein eigenes kleines Python-Skript haben wollen, kann ich einfach schreiben, schreibe ein Python-Skript zur Ausgabe von Vergleichsdaten für Eissorten, indem ich ein Input-Feld habe, in dem ich die Eissorte eingeben kann. Und es wird mir in einem Textfeld zurückgegeben. Gucken wir mal, was er macht. So, und jetzt schreibt er mir, wohl kommentiert, was ich ja immer sehr, sehr gut finde, ein kleines Python-Skript, das ich im Prinzip so rauskopieren kann und in irgendeiner Umgebung ausführen, was weiß ich, in Azure Databricks oder in einer ganz kleinen Python-Umgebung, die ihr auf dem Computer habt. Ja, rauskopieren, ausführen und schon habe ich hier im Prinzip ein kleines Skript generiert. Also ihr seht, das Ding ist massiv mächtig. Ich kann aktuelle Daten mit reinladen und das schließt uns ungeahnte Möglichkeiten. Und wir schauen uns noch ein paar andere Möglichkeiten tatsächlich in dem dritten Teil zu Chat-GPT, der künstlichen Intelligenz, die die Welt rettet, an. Also lasst ein Abo da, wartet auf den dritten Teil und seid gespannt. Ich bin's auch. Bis dahin, erstmal danke und tschüss. Vielen Dank.